das schwingt leute schwingt ein jedi ich jetzt war jetzt noch was neues freigeschaltet wahrscheinlich dauerhaft mit zwei schwerter wäre cool also wir laufen jetzt nur noch zum schiff zurück mit fiesen radars ich bin zu lange wach ich ziehe nicht mehr präzise genau das wird das problem der sturmtruppler sein die schlafen zu wenig deswegen können die nicht zielen ich habe nie an dir gezweifelt wie sie direkt schon machen hier was war das andere für wicke was ist das von schrank sie aus wie ein schuliger das imperiale machine imperiale maschinen erzeugen energie und kontrollieren die innen temperatur mobile heizung mein lichtschwert war kaputt und ich habe das jetzt so ein bisschen neues klasse samtler büster man sieht das jetzt auch das sieht nochmal anders aus vor was auf beiden seiten gleich und jetzt besteht es quasi aus zwei schwertern diese zusammen gesteckt sind einfach deswegen kann ich sie mit dem einen angriff auseinander nehmen aber ich kann nicht dauerhaft mit zwei schwertern kämpfen leider sie werden sich immer noch ich weiß nicht mal ob der film bogen bei irgendeinem streamen dienst abgefasst ich weiß doch so weit ist sie bloß ich bin klingmeister aber warum nicht trauen ja 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 okay ich gehe doch der andere weg oder dass das wird ja nur wieder zurück hoch aber er geht mir vor hier war die kurz auf die nächste rakete Die wurde ja immer schneller. Ähm, okay. Genau, ich schieße eine Freude. Das muss doch gehen, dass ich die Rakete zurückschleudern. Aber nicht so, dass ich ihn treffe. Oh, hi! Du werfst nicht entkommen. Ziel hat Schaden, er darf. Er darf keine Stimms benutzen. Bleib an ihm dran. Oh Gott, alles Stimms verbraucht. Das ist ein Ärger. Auch, noch einer? Du hörst uns nicht besiegen. Da! Ja! Der Bruder ist eine Falle. Nein! Du bist auf allen imperialen Kanälen. Sie schicken alles, was sie haben. Ja, das ist ja blöd. Wir sind versteckt, aber der Sturm zieht ab. Bald ist unsere Deckung weg. Kann man das Signal der Mentes tarnen? Oh, oh. Oh, oh. Andere Ideen sind immer komisch. Und meistens nicht so gut. Alles Lakaki, gute Nacht, schlaf schön und einen schönen, äh, Feiertag und schönen Start des Wochenende. Hier hatte ich das, ne? Rechtsrum. Explosion. Ok, wegen Streaming-Dienste und Walk-One-Film weiß keiner. Heute ist ne plus bestimmt. Ihre Verschlüsselung ist gehackt. Ich störe ihre Nachrichten, aber das geht nicht lange gut. Vielleicht gewinnen wir so Zeit. Danke. Wir sind überall Sturmtropfen. Elum war unser Plan. Oh, ich weiß, das klingt super. Ich glaub mit Evox feiern Madrid die Spaß. Das dürfen sie nicht vergessen. Ein ganzer bei Netflix, aber ich denke nicht mehr, ja. Also, ich glaub ich hab ihn da auch nochmal gesehen. Ähm, Alter, Leute. Der packt mich einfach von hinten. Okay. Das war viel. Das war viel. Das war viel ins Gesicht geboxt. Ich bin dann zurück zu meinem Schiff. Sonst ist es nicht plus. Ja, hab ich aber nicht. Ist ja noch nicht, äh, so europamäßig released worden. Ich schiebe ihn. Feuer frei. Erfülle Mission. Greife den Ziel an. Er bewegt dich. Los, Attacke. Er ist auf der Flucht. Bewegung. Ich habe frei. Feuer auf den Feind. Ich habe verstanden. Er ist echt schnell. Treib den Scherl an. Er ist getroffen. Ruhe, du Schaden, Frau Urla. Hey, Kumpel. Ist das... Ich fühl mich viel besser. Danke. Meine Ruinen. Habt ihr etwas gesehen? Ich schwirr. Wir müssen doch nicht alle tot sein. Ne, nur deinen Vorgesetzter. Yes! Sie sind durchgebrochen und haben Verstärkung gerufen. Jeder Sternenzerstörer im Sektor kommt hierher. Ähm, warum? Wenn sie vor dir hier ankommen. Nein, sie dürfen uns jetzt nicht noch kriegen. Ich bin da. Hier. Da kommt Versuch. Police soll die Mentes schließen. Was? Mit dem Eferium im Schlepptauch? Hast du sie noch alle kleiner? Vertraut mir. Okay. Wir schließen das Schiff. Okay, zwei kleine Kampfläufer hier. Hallo. Ein kleiner. Ja, Zweinsmann. Natürlich ist nur hier ordentlich Action vor der Tür. Ich will also zu meinem Schiff. Und dann machen die Tür zu. Ich kann dafür zu meinem Schiff laufen. Und dann können wir wegfliegen. Ja, aber nein. Boah, die auch nochmal. Ne, lass mal. Nein. 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 Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay, okay, okay. Okay. beiden und und die 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 ja ok ok schön konzentriert bei der sauf bleibt eine schieße auf millionen herr kumpel hierher kommt Hier, hier! Archipiloten. Das war's jetzt hoffentlich aber, oder? Jetzt ist hier irgendwie noch eine Schwester am Start oder so. Nee. Gut gemacht. Ohne euch alle wäre ich nicht hier. Sekunde. Nicht jetzt, ich muss arbeiten. BD1? Pass auf, Cal, auf. So, okay. Hey Grease, rufst du mich? Sind diese Ranken sicher? Sie werden ziemlich groß. Ja, es ist ganz schön anstrengend, sie jeden Tag zu schneiden. Aber die sind okay. Außer ich vergesse sie zu schneiden. Sehr beruhigend. Okay. Links vom Höhlen aus, du könntest hochklettern. Okay, ich hatte aber gerade andere Sorgen. Oh, guck mal, jetzt habe ich alle Farben. Sian. Ah, das ist gar nicht weiß, aber... Indigo. Magenta. Violett. Ah, das kann ich jetzt nur noch auf einer Seite anpassen. Nee, Sender. Ah, ich kann es doch auf beiden Seiten wieder gleich machen. Ja, Schweizermann. Ja. 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 Oh, das ist irgendwie was. Ja, und es ist nur kosmetisch, die Anpassung, das ist ja auch gut. Bok auf Rot. Bok auf Rot. Bok auf Rot. Ja, und das ist das Verbindungsstück, dass wir es auseinandernehmen können. So, aber wir haben jetzt schon länger gemacht, als ich eigentlich wollte. Vielen herzlichen Dank, dass ihr hierüber gewählt seid, hier hängen geblieben seid. Vielleicht der 1, 2 Follows da gelassen habt. Ich speichere jetzt das Spiel. Mach kurz nochmal den großen Chatting-Dings an. Das ist ganz schön dunkel. Baby hat auch Angst. Baby, ich war gerade bei Baby von der Stranding, als ich es gesagt habe, meinem Kopf. So, wohl dann. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, dass wir hier so viel erleben durften. Und vielen herzlichen Dank für die Rate, für die Follows, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sind es hoffentlich morgen schon wieder. ATE waren die Sechsbeiner. Ah, diese Käferartigen, ne? Diese Ausnahmen wie Käfer mit so einem dicken Rücken aus den Klungen kriegen. Oder? Na gut. Auf jeden Fall wünsche ich eine gute Nachschreibung kurz in den Chat. Dann wünsche ich jeden einzelnen guten Nacht. Damit schaffe ich das Auto. Ganz großes Dankeschön nochmal. Vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Morgenabend wahrscheinlich. Vermutlich. Sehr wahrscheinlich. 20, 20, 30 bis dahin. Alles gut, habt ihr einen guten Nacht. Schlaf schön. Vielen herzlichen Dank für die Rate und dass ihr dabei gewesen seid. So. Also. Blattikorne, eine wunderschöne Winterschlafschlafschönen. Schweizer Leitergut nachschlafschönen. Montri, ein guter Schlafgut. Wir sehen, wir sehen, wir sehen, wir sehen, wir sehen, wir sehen, wir sehen. Wir sehen, wir sehen, wir sehen, wir sehen, wir sehen, wir sehen, wir sehen. Ohne, eine gute Nachtschlafschönen. Ohne, eine gute Nachtschlafschönen. Schäbig hat nicht. Eine gute Nachtschlafschönen. Dieser Name. Wahnsinns. Name. Ähm, scroll. Kackige Scheinwerk, aber trotzdem mal eine gute Nacht hinterher. Montri, Party, ohne Flanikki, eine gute Nachtschlafschönen. Der Name ist großartig auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Schlaf schön. Hab einen schönen Start ins Wochenende. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder bis dahin. Alles Gute, hab deine gute Nacht und schlaft schön. Hab ich schon nur einmal gesagt. Lass mich nicht ärgern. Lass mich nicht ärgern und frohe Weihnachten. Ho, ho, ho. Ah, ich hab ja noch jemanden, was sagen will. Das klang wahrscheinlich so, als ob es gerade abgestochen wurde, oder? Oh, schau, so, ob es gerade abgestochen wurde, oder? Jetzt hat man kein Wort verstanden. Hab man kein Wort verstanden. Red mal deutlich. Red mal deutlich. Du, ah. Du, ah. Fabit. Fabit. Jihau. Jihau. Die Ente ist am anderen Ende des Raums. Da komme ich jetzt nicht hin. Die Ente ist am anderen Ende des Raums. Da komme ich jetzt nicht hin. Oh, ich glaube, die Ente kommt gerade hergelaufen. Oh, ich glaube, die Ente kommt gerade hergelaufen. Oh, oh. Oh, oh. Ah, Ente. Ah, Ente. Die konnte mal tanzen. Gute Nacht. Okay. Ach. Ach επ. Ah ep. Ach. 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 Untertitelung des ZDF, 2020